EXCLUSIVE COLLABORATION 64. Dachte, boah Junge, das wird heftig und kriegt den größten Vogel aus vor, Runde 68. Die Stimme, was soll sowas denn man? Erinnert mich, dass ich was sein werde, die geil. Dazu bist du verdient, du bist nicht sonderlich begeistert. Boom, Stimmbruch oder so, ein Dramatist mit dir. Du klingst so, als hätt die Vogelgrippe eher dich besiegt. Super, super ins Team deiner letzten Gegner, du tauben Sohn, denn der Stimme, mein Satz in der Vorrunde, klingt wie ne Krähe mit Tausendroh. Das klingt, als hättest du Schmerzen, da hat der Scheiße gebaut. Was ist los, du Vogel? Hat jemand deine Eier geklaut? Jeder hier hat genug von den Bögen Spaß und es hat Vögellicht im Vogel, seh diese Vögel, Gevögel, Tag. Bitt, ich hab von deiner Behinderten Scheiße genug, Missetat ging es in den Fang, um deine Geburt zu. Du solltest dich steigern, doch hast den Böbel enttäuscht, denn in deiner Vorrunde hast du nur zwei Vögel verschwunden. Damn, okay, denk das so wie Eminem klingend. Alter, merkst du nicht, wie Kraft Realität her du bist. Junge, sag mal, was zur Hölle läuft bei dir bitte verkehrt. Fliegst du gegen Assa, hat's echt gebracht mit den Sternen. Assa, wart mal kurz, was geht denn hier bitte ab? Mach ich gerade in der Ruhe gegen den Vater von Taze, wie ah, ey, du machst ein auf Killschutz, alter, fuck, bist du beschränkt. Du langweilst, so man denkt, du hättest die Beat auf dich gelenkt. Noch viel inhaltsloser Scheißdreck, den du über zwei Tracks bringst. Und das war der Grund, warum du von Jules nicht deinen Stern kriegst. Das ist halt mal so das Heldloch, das hat keiner je geblieben. Das werden auf den Dampen erstellt für eine wackige Zeile, die du kennst. Du bist nur dermaßen Humor, das war's noch komplett und ist bei. Ey, yo, dich Hurensohn macht nicht, weil der Piss mit den Comments lustig ab. Ja, aber mach kein Mist, niemand feiert den Scheiß, den du machst, mach mal nicht auf M&M. Du bist noch nicht mal der weiße Tubac. Sag, kommst du Schmuck, verschwindest du in dem Loch wie Benute? Ist schon richtig, denn ich verschwinde im Loch der Landtante. Auf den Raps, dir könnt' ich bald in Nuttig scheißen. Um mich in Delivery zu schlagen, müsstest du UPS heißen. Künstlerische Freiheit würd' ich nie kritisieren. Doch welcher Hurensohn hat bitte deinen VR-Bee produziert? Denkst du, du seist der letzte Gewinner eher nicht, denn du hast dich mit den Sternen fast so heftig, weil Tami Hitter. Stimmt, der denkt erst so wie Eminem klingt, alter, merkst du nicht, wie krass Realitäter du bist. Junge, sag mal, was zur Hölle läuft bei dir bitte verkehrt. Fliegst du gegen Asser, hat's echt gebracht mit den Sternen. Asser, warte mal kurz, was geht denn hier bitte ab? Mach ich grad in der Ruhe gegen den Vater von TSWA? Ey, du machst da einen Off-Cliff-Shot, alter, fuck, bist du beschränkt? Du langweilst, so man denkt, du hättest den Beat auf dich gelenkt. Exklusiv Collaboration